Hi Freunde, hallo, ich bin der Salo Gerson und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Jo, das sollte ein kleiner Vlog werden, wie es auch ist, denn ich habe es angekündigt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal angekündigt habe, ich weiß nicht, aber ich habe das Video auf jeden Fall geblasht. Und, ja, ich wollte nur sagen, dass ich meinen eigenen Server habe und ich suche sowas, wie der was, ähm, sowas wie, ähm, solche Mods und sowas hinzufügen kann, der was Insel erstellen kann, zum Sky-Wars-Zocken, so 1,2,1 oder was. Suche ich solche Leute, oder die proglamieren können, wäre es am besten. Ja, ich will auch nicht zu lang plappern. Und, ähm, 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 ja, das war eigentlich auch alles. Schreibt einfach in die Kommentare und, ja, oder schreibt mich auf Instagram an, floh-floh-floh-12. Gut, also ich schreibe es auch nochmal aus Titel, ne, aus Titel nicht, äh. Äh, ja, ich schreibe es unten in die, ähm, in die Kommentare rein. Und dann sehen wir uns übernächste Mal am Geschirr. Und dann sehen wir uns übernächste Mal am Geschirr. Und dann sehen wir uns übernächste Mal am Geschirr. Und dann sehen wir uns übernächste Mal am Geschirr. Und dann sehen wir uns übernächste Mal am Geschirr. Und dann sehen wir uns übernächste Mal am Geschirr.